Und das ist das Thema am heutigen Abend. Wir haben es auch auf dem Tisch dekoriert. Odo, die große Liebe von Dayan Kuduha. Ja, so ungefähr. Oder? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ich freue mich mega auf dich. Ehrlich, als ich das erste Mal dieses Buch in den Händen gehalten habe, dachte ich so, okay. Darf ich mir meine ersten Gedanken sagen? Ja, unbedingt. Das erste war, beim Durchblättern dachte ich so, Tradition, Kultur, etwas Fremdes, Fairness. Und dann denke ich so, okay, wenn ein Mensch selber mit afrikanischem Background so ein Buch herausbringt, übt sie definitiv Sozialkritik. Ja. So, das waren meine ersten Gedanken. Habe ich schon mal gut interpretiert, oder? Absolut, ja. Jetzt die erste Frage, brauchen wir das? Ja, wir brauchen das. Weil für mich ist es, es geht ja nicht einfach darum, dass ein Buch, dass meine Hauptfigur jetzt ein dunkelhäutiges Mädel ist, sondern für mich ist es wichtig, was erzähle ich. Und am Ende des Tages geht es für mich einfach um Geschichten erzählen. Und die Hauptfigur ist nun mal ein schwarzes Mädchen, für mich ein Vorbild, weil ich bin hier aufgewachsen und ich hatte eben solche Bücher nicht in der Hand. Also die Bücher, die ich als Kind in Kiel irgendwie mal bekommen habe, wenn ein ausländisches Kind dabei war, dann stand das Kind ganz weit hinten und es war vielleicht ein geflüchtetes Kind oder eine Asylantin. Also das Kind war eben nie im Fokus. Also das heißt, ich war eben nie im Fokus. Und das hat, ich fand das so schade, dass ich als Kind sowas nicht hatte. Und im Laufe der Zeit habe ich gesagt, wenn ich, was würde ich gerne lesen, was würde ich gerne lesen jetzt, wenn ich sieben Jahre alt wäre, ich würde gerne Geschichten lesen, wo ich mich wieder sehen könnte. Und in Oddo geht es einfach nicht um ein Kind, das geflüchtet ist, sondern es geht einfach um ein Kind mit einem Wunsch. Und Wunsch hat jeder. Und das ist egal, ob du jetzt in Wilhelmsburg wohnst oder in Bielstedt oder in Kiel oder wo auch immer, man hat Wünsche. Und das ist auch die Geschichte von Oddo. Und, aber das war trotzdem für mich auch ganz wichtig, eine Geschichte zu schreiben, wo man nicht sagen muss, naja, das passiert ja nur dieses Randgebiet von Menschen, sondern es betrifft jeden. Und jeder kann sich damit identifizieren, egal welche Hautfarbe, welcher Herkunft. Und das war für mich wichtig. Das ist eben Geschichten erzählen. Was ist, was, oder wonach sucht, oder wonach sehen Sie sich dann die Oddo? Also das geht eben um Oddo, der, also Oddo bedeutet Liebe, das ist Chui. Und witzig ist, ich habe ja O-D-O, eine Schreibweise. Im Chui... Ach, ist gar nicht so? Ne, normalerweise, also Ursprach... Schreibt man das? Jetzt kommt. Man schreibt das eigentlich... Also du bringst es uns auch noch falsch bei, oder wie? Ne, ne, und zwar, das könnte keiner lesen. Das ist ein umgedrehtes C. Das ist O. Das erste oder das zweite? Das zweite. Ach, das ist eigentlich ein C? Ne, das hier. Das große O. Aber das große? Ja, das ist ein O. Ein umgedrehtes C. Aber das könnte ja keiner lesen. Ne, der hätte ich auch nicht lesen können. Und auf dem Computer gibt es den nicht. Also habe ich gedacht, was kann ich tun, damit auch jeder weiß, worum es geht. Deshalb wird das auch ganz, ganz zu Beginn erklärt. Oddo bedeutet Liebe. Und jeder Ghana weiß natürlich, es wird anders geschrieben. Aber es geht nicht anders. Deshalb Oddo und so heißt auch die Protagonisten. Und sie hat einen Wunsch, eine schwarze Puppe auch mal zu besitzen. Weil sie selbst hat keine schwarze Puppe. Und weil ihre Mutter das Geld nicht hat, um ihr das zu kaufen, kommt sie auf eine Idee. Und was für eine Idee das ist. Und ob sie nachher die Puppe bekommt, das ist eine große Fragezeichen. Da muss man das Buch kaufen. So sieht es aus. Aber es geht um Wünsche haben, Geduld haben, an sich glauben, an die Träume glauben. Und ich glaube, das ist etwas, da können wir alle etwas daraus lernen. Definitiv. Weil das universelle Dinge sind, die du gerade aufgezählt hast. Wir leben ja auch, wir streben auch danach. Gerade Kinder. Eben wollte ich sagen. Vor allem Kinder. Und vor allem, die sind ja unverblühten, die sind ja unvoreingenommen. Ich glaube, die ticken auch anders. Nee, die empfinden auch anders. Und die sind auch risikobereiter. Ich finde, je älter wir werden, umso schwieriger haben wir es mit Risiken. Weil wir immer denken, wir haben Angst zu scheitern. Während Kinder wahrscheinlich über alles Mögliche drüber wegspringen und nie Angst haben, hinzufallen. Die stehen auch eher auf und laufen weiter. Ja, ja, aus Erwachsenen, das stimmt. Ja, weißt du. Und irgendwie immer so, mach ich das, mach ich das nicht. Und das ist das Problem. Ist es dein erstes Buch eigentlich mit diesem Thema? Also ich habe viele Ideen. Ich will immer Geschichten erzählen. Also nicht nur vor der Kamera oder irgendwie auf der Bühne, sondern das erste Buch war mein Black Skin, schwarz erfolgreich deutsch. Und für mich war es auch wichtig, schwarze Menschen in Deutschland ein ganz anderes Standing zu geben. Als Kind oder auch heute kriege ich oft mit, also man hat ja so ein Bild für Menschen mit Migrationshintergrund oder eben gerade schwarze Menschen. Und das ist nicht das Richtige. Und für mich ist es immer wichtig, was sind wir, was können wir und das möchte ich immer den Menschen mitteilen. Und mein Black Skin ging darum, dass ich 25 erfolgreiche Schwarze präsentiert habe, die erzählt haben, wie sie geschafft haben, da zu sein, wo sie beruflich sind heute. Das heißt, die haben ihren Weg beschrieben und die Ups und Downs. Und das ist auch so ein bisschen mit Oddo, weil das ist ja auch ein Weg bis zum Schluss. Ob sie die Puppe bekommt, ist ja eben die Frage. Und ich finde das wichtig, weil das sind Themen, die beschäftigen uns. Die gehen uns alle an. Und das sind so Sachen, die ich gerne mit der Welt teilen möchte, wenn ich gerade selber nicht vor der Kamera stehe oder so. Ich merke gerade eine Parallele auch zu der Arbeit, die wir auch in anderen Migranten-Communities machen. Das ist eigentlich genau dasselbe. Absolut. Und das ist auch zum Beispiel in der afghanischen, in der persischen, in der türkischen, gibt es auch immer genau diese Muster, dass man versucht, natürlich in den jeweiligen Communities die Vorbilder nach vorne zu stellen, damit man Verbindungen hat oder damit auch die anderen aus diesen Communities das Gefühl haben, okay, da ist so einer, der hat es geschafft. Richtig. Weil das ist ja ein Problem in allen Communities. In allen Communities. Aber das liegt ja daran, dass wir hier wohnen. Wir sind, ja, Minderheit. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, dass... Wir sind ganz schön große Minderheit. Ja, ganz große Minderheit. Aber wir müssen ja etwas tun, damit die Kleinen sehen, dass es möglich ist. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn ein kleiner Junge dich sieht, dann weiß der Junge, oh, das könnte ich auch mal. Aber wenn er dich nicht sehen kann, wie soll ein Kind in einem Land, wo die Mehrheit eben eine ganz helle Hautfarbe hat, also wie soll denn das Kind wissen, das könnte ich auch erreichen? Richtig. Also braucht man Vorbilder. Und ich denke, wir als Migranten brauchen Vorbilder auch, natürlich brauchen auch die Weißen Vorbilder, die müssen auch sehen, was möglich ist. Aber ich glaube, für uns ist das ganz, ganz wichtig, weil ich habe als Kind die Vorbilder in Deutschland nicht gesehen. Ich auch nicht. Ne, du auch nicht. Also ist es natürlich dann so ein Drive, was kann ich tun, damit die anderen, damit die Jüngeren sehen, was möglich ist. Und dazu gehört eben Geschichten erzählen, dazu gehört eben Veranstaltungen umsetzen, damit die Kinder sehen, guck mal, da steht einer, der ist ein Politiker, guck mal, der ist ein Anwalt, guck mal, sie hat ein Geschäft. Ach, das ist alles möglich. Und ich finde, je mehr Vorbilder man präsentieren kann, desto eher haben unsere Kinder die Möglichkeit zu sehen, dass es möglich ist. Zwar, ich habe als Kind nicht gedacht, dass ich Schauspielerin werden könnte, weil alle gesagt haben, das geht nicht. Mit deiner Hautfarbe kannst du in Deutschland das nicht machen. Sogar meine Eltern, die haben es mir zwar gewünscht und haben mich gepusht in dem, was ich machen wollte, aber trotzdem war eben dieser Gedanke, ich weiß nicht, also mit deiner Hautfarbe, das könnte schwierig. Sogar heute bekomme ich das immer noch gehört. Und deshalb glaube ich, je mehr Vorbilder man sieht, desto eher entwickelt man auch eine Idee von Dingen, die man erreichen kann. Das Kinderbuch von Dayan Kudua, Odo. So spreche ich dann richtig aus, oder? Nee, O. Odo. Odo. Hört sich auch viel besser an, ehrlich gesagt, Odo. Erfahrung als Mentor, Vorbilder, Initiator, meine lustigste Begegnung. Ja. Das, was du ja tagtäglich auch machst, habe ich ja wirklich auch eine Zeit lang sehr, sehr, oder damit habe ich mich sehr beschäftigt und mich auch auseinandergesetzt, habe auch an Workshops teilgenommen, beziehungsweise Workshops gegeben. Und das Lustige war, mit den jungen Menschen aus der türkischen Community, wenn die deine Geschichte nicht kennen, denken dir, du bist mit einem goldenen Löffel geboren. Ja. Dann sitzt du da, und da war so ein junger Typ, der war 13 vielleicht, und sagt, Abil, erzähl mir keinen Scheiß. Ich zitiere ihn nur, oder? Aber erzähl mir keinen Scheiß. Du hast bestimmt voll das einfache Leben gehabt und mit einem goldenen Löffel geboren. Wenn ich dem als erst mal erzähle, dass ich ihn in der Schule dreimal wiederholt habe, guckt er mich ja, weißt, ich sage ja. Ich bin auf der Vettel groß geworden, echt. Und trotzdem kann man es schaffen, dann haben die sogar einen anderen Blickwinkel. Aber am Ende sehen die aber auch nur dieses Ergebnis. Absolut. Vor der Kamera. Absolut. So wie keiner weiß, wie viel du dafür hast leiden müssen. Absolut. Aber das will ja auch keiner sehen. Das ist der Punkt. Das will ja auch keiner sehen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist auch okay. Es ist auch am Ende des Tages okay. Ich glaube, der Weg ist einfach, man sagt ja, der Weg ist das Ziel. Und man fängt an und die Nächte, die man nicht schläft und die Arbeit und die Sorgen, die man hat, davon wollen ja die Leute gar nicht wissen. Und dass du zum Beispiel dreimal die Klasse wiederholt hast, kein Mensch weiß, was du da gespürt hast, was du gefühlt hast, was für einen Stress du hattest. Oh ja. Aber die sehen nur da, wo du bist. Man sieht ja immer ganz, ganz weit ober im Eisberg. Oh ja, das glänzt und das ist schön und das will ich auch. Aber dieser Dreck darunter, das möchte keiner sehen. Ich habe geblutet bis dann, sage ich immer. Das glaube ich. Das glaube ich. Was machst du eigentlich? Entschuldigung. Aber der Mensch tickt einfach so. Leider. Was macht dir eigentlich am meisten Spaß? Weil ich weiß ja, es ist ja ein bisschen um die Person, Dayan Kudua, kennenzulernen. Also du machst Kinderbücher, du bist Sprecher. Ja. Du machst Filme, du bist Theater-Schauspielerin. Was macht am meisten Spaß? Was am meisten Spaß macht, Geschichten erzählen. Echt? Ich liebe das. Klar, also ich liebe es vor der Kamera zu stehen. Ich liebe es mit dem Drehbuch zu arbeiten. Ich liebe alles. Und für mich geht es tatsächlich echt nur darum, eine Geschichte so authentisch und ehrlich rüberzubringen. Und wenn ich das vor der Kamera machen kann, bin ich glücklich. Wenn ich das auf der Bühne machen kann, bin ich glücklich. Und wenn ich zum Beispiel mit Oddo meine eigenen Ideen umsetzen darf und kann, bin glücklich. Okay, also du hast keine Präferenz und sagst, ich stehe ja am liebsten, keine Ahnung, auf der Bühne. Wenn ich unbedingt eins aussuchen müsste. Würste? Vor der Kamera. Ja? Ich liebe Filme. Ja. Ja, ich liebe es einfach. Ja. Vielleicht, weil es auch die größere Herausforderung ist, weil du musst mit der Stimme da sein, körperlich anwesend sein und charakterlich anwesend sein. Während ein Buch geschrieben, abgegeben oder vertonen ist ja einfach, Stimme ist raus und fertig. Ja, nee, also ich meine, klar, also gerade Theater muss man 100 Prozent geben, wenn man da steht. Weil man, es ist One Shot. Ja, richtig. So ist es. Ich habe im letzten Jahr Ella gespielt, deshalb Ella, 90 Minuten ganz alleine auf der Bühne. Also da hast du One Shot alleine. Da gucken alle auf dich. Das ist dann eher beängstigend. Filmen. Aber auch schön. Da kann man dann nochmal, das ist schön beim Theater. Ich habe ein Zeit lang Theater selber gespielt. Ja, ich fand es immer, weiß nicht. Es ist toll. Man hat auf die rechten Resonanzpublikum reagieren, ob das gut ist oder nicht. Oder auch nicht. Das ist doof. Oh, ja, ja. Hilfe. Aber auch das ist schön. Ja, klar. Aber man bereitet sich da ganz, ganz anders vor, so zumindest ich. Und wenn ich dann irgendwie am Set bin, liebe ich auch. Ich liebe es, andere Kollegen zu treffen, dann jedes Mal, wenn man dann je nachdem, was man macht und vor der Kamera zu stehen. Und man hat natürlich einen ganz anderen Shot. Also wenn etwas nicht funktioniert, kann man ja nochmal wiederholen. Und das liebe ich auch. Und dann, wenn der Film fertig ist und du sitzt da und du guckst und du freust dich oder du sagst Scheiße. Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Auch das ist schön. Aber es geht wirklich für mich einfach um Geschichten erzählen. Um einfach tolle Geschichten zu erzählen. Und deshalb tut es mir manchmal weh als eine dunkelhäutige Schauspielerin, wenn ich nicht alle Geschichten erzählen kann. Also in Anführungszeichen. Was würdest du denn gerne erzählen, was du noch nicht bisher erzählt hast? Oh, es gibt ganz, ganz viele Rollen, die ich spielen möchte. Du, was möchte ich erzählen, was ich bis jetzt noch nicht erzählt habe? Eigentlich alles. Weil ich habe zu viele Sachen erzählt, die ich nicht unbedingt wieder erzählen möchte. Also deshalb möchte ich, ich möchte einfach eine, ich mag gerne starke Frauenrollen, ich mag gerne Liebesromane, ich mag gerne Comedy. Ich möchte auch gerne einfach Rollen spielen, wo es uninteressant ist, was für eine Hautfarbe ich habe. Also ich möchte eine Rolle haben, wo man nicht erklären muss, warum ist sie schwarz. Werden interessiert. Glaubst du die Geschichte? Komischerweise, ja. Glaubst du dieser Frau? Glaubst du ihrer Reise? Das, was sie durchmacht? Die Sehnsüchte, die sie hat? Wenn du das glaubst, dann ist es egal, was für eine Hautfarbe die hat. Und das ist das, worum es geht für mich. Ja. Das ist ganz einfach eigentlich. Das ist ganz einfach. Man muss gar nicht viel erklären. Und das ist zum Beispiel, das ist der Grund, warum zum Beispiel so ein Theater, so eine Ella ganz toll war. Das ist eine Frau, Mitte 30 und es war egal, was, wo sie herkommt. Sie erwähnt das kurz, aber nur damit man weiß, warum sie das erzählt, was sie erzählt hat oder was, oder diese Reise gemacht hat. Und das war es. Und jede Frau, oder viele Männer auch, konnten sich mit ihr identifizieren, weil die Erfahrungen, die sie gemacht hat, haben ganz viele Frauen gemacht. Und das war egal, ob die Asiaten waren, blonde Frauen aus Polen, aus Russland, wo auch immer. Ich habe ganz viele Zuschriften bekommen, weil es geht um Liebe und es geht einfach um Dinge, die uns als Menschen beschäftigen. Und das ist egal, was für eine Hautfarbe. So sieht es aus. Eigentlich müsste es einfach nur egal sein. Es müsste einfach egal sein. Weiter an unserer Seite Diane Coudour. Sie ist im Moment on tour mit diesem wunderbaren Buch, haben wir auf dem Tisch liegen. Otto, richtig? Otto. Na, fast. Kriegst du irgendwann hin. Also, eine Frau, eine junge Frau, die ihren Träumen nacheifert und Ziele im Leben hat. Und vielleicht ist es sogar das, was sie in ihren Armen hält. Man weiß es nicht. Also, das Buch gibt es auf jeden Fall aktuell im Handel. Mhm. Perfekt auch zum Vorlesen. Ja. Weißt du, was mir irgendwann aufgefallen ist? Nee. Als es die ersten Barbie-Puppen in Schwarz gab und dann Asiatisch, dann dachte ich so, hm, ist das jetzt Marketing oder ist es wirklich soziale Verantwortung? Schwierig, ne? Nee, also ich kann nur sagen, als Kind hatte ich, und das ist erst seit ein, zwei Jahren, dass mehr, oder vielleicht drei Jahren, dass mehr schwarze Puppen produziert werden. Aber als Kind kannte ich nur weiße Puppen. In Afrika gibt es tatsächlich nur weiße Puppen. Sogar in Afrika? Ja. Ehrlich jetzt? Ja. Es gab keine schwarze Puppen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich weiß. Aber das liegt daran, das hat eine ganz andere Geschichte. So, ne? Man hat gelernt, als Kind, je heller die Hautfarbe, desto besser, wichtiger bist du. Also unterschwellig quasi einen zu indoktrinieren, zu sagen, du bist schlecht. Du bist schlecht, ja, genau. Also haben Kinder gelernt, je heller, es gibt sogar ein ganz altes, so ein Test, was gemacht worden ist. Ich habe leider vergessen, wer das gemacht hat, und da wurden Puppen vorgestellt an schwarzen Kinder. Und die haben sich alle für die weißen Puppen entschieden. Alle. Weil sie das schöner finden. Sie ist doch viel, viel schöner als die schwarze. Und das ist das, was man gelernt hat. Also kein Selbstwertgefühl wird als der Mittel. Richtig, richtig. Ganz früh. Und das heißt, wenn du das nicht kennst, und ich kannte als Kind eben keine schwarze Puppe, hatte ich eben nicht. Ich habe stattdessen mit Mangopuppen gespielt, die ich selbst gebastelt habe. Und auch Otto spielt ja mit Mangopuppen. Und ich glaube, jetzt haben wir ein ganz anderes Bewusstsein, wie wichtig es tatsächlich ist, auch mal sowas repräsentativ für die Schwarzen darzustellen. Ich bin gerade ein bisschen baff, weil ich das niemals gedacht hätte. Aber ich verstehe es, dass es in Europa so ist. Aber in Afrika? Ja, richtig. In Afrika findest du, also wie gesagt, die letzten zwei, drei Jahre hat sich das ein bisschen verändert. Aber davor, zu meiner Zeit, keine schwarzen Puppen. Nirgendwo zu finden. Weiße Puppen en masse. Barbie-Puppen überall. Alle wollten so sein wie Barbie-Puppe. Schlank und blonde Haare und ganz toll. Aber schwarze Puppen, wer soll das denn produzieren? Keiner. Und ich habe letzte Woche von dem Künstler in Ghana gelesen, wie er dann jetzt auch selber schwarze Puppen produziert hat und hat ganz riesen Werbung gemacht und sagt, es ist Zeit, dass wir erkennen, wie wichtig wir sind. Ja, ist so. 2020. 2020. Tja. Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich weiß. Wieso? Ihr wisst, ich bin ja auch politisch aktiv. Ich könnte ja jetzt was sagen, aber ich halte meine Klappe. Aber dann doch nicht. Dann lieber besser nicht in meiner eigenen Sendung, bevor ich wieder Ärger kriege. Die Frage ist doch, was ist denn unsere Verantwortung? Die Verantwortung der Gesellschaft? Ich meine, wir leben im Zeitalter des Populismus. Je lauter, je aggressiver, je undurchsichtiger die Antworten sind oder je einfacher sie klingen, umso mehr Anhänger hast du. Das heißt, die wirklich vielleicht für Aufklärung, Gerechtigkeit, positive Aura stehen, haben nicht so viele Möglichkeiten durchzudringen. Weil der Mensch von heute will Antworten am besten sofort haben. Ja, das andere dauert ihm zu lange. Das heißt, die Gesellschaft in sich ist ja gerade in einem Umbruch. Ja. Was muss anders gemacht werden? Oder anders auch vielleicht, was ist dein Beitrag mit diesem Buch? Mein Beitrag ist ganz früh, den Kindern Werte beizubringen. Dankbarkeit, Wertschätzung für sich selbst und für die anderen Menschen. Und ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, Erwachsene damit hier zu erreichen, weil die sind ja schon in ihrem Kopf irgendwie unterwegs. Und deshalb finde ich ganz wichtig, ganz, ganz früh damit anzufangen. Und ich finde, jeder Eltern sollte lernen, dem Kind Wertschätzung beizubringen. Dankbarkeit, Respekt, Liebe für sich selbst. Wenn Kinder lernen, sich selbst zu lieben, zu wissen, wie wichtig die sind, die lernen auch so groß zu werden. Wenn Kinder lernen, dankbar zu sein, die lernen, dass das, was sie haben, gut ist. Die können immer nach mehr streben, aber die kleinen Schritte, immer dankbar zu sein und nicht gierig und Ellbogen raus und durch die Gesellschaft zu laufen. Und das geht nur, wenn wir als Erwachsene lernen und dann darüber hinaus unseren Kindern beibringen, Wertschätzung zu zeigen und auch zu leben. Nicht irgendwie predigen, sondern auch das zu leben. Genau, authentisch vorleben. Ja. Und jetzt lautet wieder die Schlussfolgerung von Papa Bedo. Das Leben kann so einfach sein. Absolut. Ich sage das so oft auch in meinen Veranstaltungen. Das Leben kann so einfach sein. Wir sind selber bescheuert. Ja, absolut. Wir verbauen alles, machen es komplizierter, machen gerne Trennen auch unbewusst. Das ist mir nämlich auch persönlich schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich selber in Schubladen denke, obwohl ich das gar nicht will. Und dann ertappe ich mich und denke so, okay, scheiße. Das habe ich mich selber dabei erwischt. Ja, aber dass du dich erwischt hast, ist gut, weil das ist ja eine bewusste Entscheidung. Es ist ein Bewusstsein. Und ich glaube, wenn wir lernen, auch ich ertappe mich manchmal, denke mal so, uh, okay. Aber ich glaube, das zu erkennen, ist ja schon der Anfang. Es gibt ja Leute, die denken so, ich habe recht, alles, was ich sage, ist total richtig. Und checken gar nicht, dass es nur Scheiß ist. Und deshalb glaube ich, wenn wir bewusst die Entscheidungen treffen, dann sind wir schon ein bisschen weiter. Bewusstsein, so sieht es aus. Ach ja, wir leben ja im Zeithalter der Hashtags. Ich würde einfach sagen, Hashtags spread love. Ja, sowas. So, wir sollten so eine Hashtag-Sendung machen. Spread love. Spread love. Peace, love. Das ist auch ganz interessant. Rassismus und gesellschaftliche Problematik im Moment. Egal, was wir anfassen, vor allem, wenn wir mit Migrationshintergrund oder wir Menschen mit Migranten, boah, ich hasse dieses Wort ja langsam auch. Ich auch, ne? Oder? Ja, wer hat überhaupt dieses Wort davon? Ich habe keine Ahnung, wer dieses blöde Wort davon hat. Die suchen das Unwort des Jahres. Migrationshintergrund ist für mich das Unwort des Jahrzehnts, ey. Ehrlich. Ich sage immer so, wenn ich Veranstaltungen moderiere, und dann geht es wieder so um Migrantenthemen. Dann sage ich, ja, ich mit Migrationshintergrund, wobei mein Vordergrund immer noch besser ist als das Hintergrund. Können wir mal was Neues produzieren? Wieso sagen wir einfach nicht, wir sind Hamburger? Ja. Ja. Hamburger Jung, Hamburger Dirn. Oder Mensch. Mit Mensch. Ja, das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach, ne? Ich bin Mensch, ja. Aber ich bin gerne Hamburger. Ich auch. Und ich bin ja auch gerne zu Hause. Aber wir haben trotzdem, guck mal, ich habe letztens, ich müsste vor 10, 12 Tagen gewesen haben, gab es wieder diesen Anschlag auf den Diaby, richtig? Diaby, Karamba. So, dann gab es das Problem in Bayern, da wollte ein CSU-Mitglied Bürgermeister werden, muslimischer Background, Basis hat abgelehnt. Oh, okay. In Ostdeutschland gab es diverse Auseinandersetzungen mit Maßen und keine Ahnung was. Ich meine, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Mann. Ja. Ja. Du bist eine Persönlichkeit und Persönlichkeiten haben auch eine Vorbildfunktion, sind politisch aktiv, sozial aktiv. Die erste Frage muss ich dir eigentlich stellen, was läuft schief? Was läuft schief? Die einigen ist, ne? Was läuft wirklich schief? Machen wir es falsch? Ich glaube, dass wir Menschen Entscheidungen treffen müssen. Also das fängt ja schon an mit den Wahlen. Ja? Alle Afrikaner, wenn du wählen kannst, geh bitte deine Stimme abgeben. Punkt. Gibt es eine Statistik eigentlich dazu? Vielleicht gibt es. Die kenne ich nicht. Also bei der türkischen Community kann ich dir sagen, ein Drittel geht wählen. Ja, aber das reicht nicht. Einig, ne? Wenn man was verändern möchte, da muss man rausgehen. Sag ich auch. Und dann muss man wissen, ich kann wählen, ich zahle Steuern, also muss ich ja was dafür tun. Und wenn wir das nicht machen, dann dürfen wir uns nicht wundern, was da draußen passiert. Weil das Problem ist, je mehr Menschen mit Migrationshintergrund wieder, dieses Wort, denken, ach ich muss das nicht machen, desto eher gehen die anderen, die nicht für dich sind, raus und wählen, um ihre Stimme stärker zu machen. Also müssen wir rausgehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Leute verstehen, du zahlst Steuern, du darfst wählen, geh bitte und gib deine Stimme ab. Und je mehr Menschen rausgehen und wählen, desto eher haben wir die Chancen dann eben was zu verändern. So sieht es aus. Man kann nicht erwarten, dass Dinge sich ändern, wenn wir da so bequem im Wohnzimmer sitzen und denken, die Welt ist toll. Vielleicht ist die Welt schön, aber die Realität sieht eben anders aus. Und da muss man rausgehen und was verändern, denke ich. Ja, ich bin ganz bei dir. Wir haben ja auch in ein paar Wochen in Hamburg die Bürgerschaftswahl, deshalb auch mein Aufruf, mein Appell an alle da draußen, geht wählen, geht wählen, geht wählen. Ich meine, ist zwar relativ bescheiden zu sagen, aber okay, zum Glück, zum Glück, wenn ich sage es zum Glück, ist ja Hamburg ein bisschen anders, noch eine Großstadt, wo eine gewisse Partei gerade wirklich nicht mehr als sechs, sieben Prozent hat. Ich würde mir immer noch wünschen, guck mal, sechs, sieben Prozent ist immer noch zu viel. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn drei bis vier Prozent, sagen wir fünf Prozent, meiner Community, Dians Community wählen würde, wären die noch nicht mal drin. Richtig. Und das müssen die Leute verstehen. So kann man es auch berechnen. Genau. Und ich glaube, das ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Sie denken, ach meine Stimme braucht doch kein Mensch, ich bin doch nur eine Person. Oh, vielleicht sind wir noch zu zweit. Aber doch, das macht einiges aus. Und wenn alle das verstanden haben, dann werden sie vielleicht rausgehen und etwas verändern. So sieht es aus. Verändern. Veränderung fängt immer zu Hause an, dann im Kopf und dann kannst du die Welt verändern. Ich kenne ja so viele Menschen, die die Welt verändern wollen, aber selber nach alten Systemen leben, wo ich denke, okay, Veränderung fängt aber immer bei sich selbst an. Die Motivation, die Selbstliebe, die Kraft, Dinge bewegen zu wollen. Ja. Ja, die brauchst du so oder so als Mensch. Wie war denn deine Kindheit eigentlich? Du bist ja auch, du bist ja auch relativ spät nach Deutschland gekommen, oder? Ja, mit zehn. Fast elf, ja. Das heißt, dann kannst du eigentlich deine Kindheit mit deiner Jugend, wenn du sie vergleichst? Ja. Wo war es schöner? Wo war es schöner? Ich glaube ja. Also in Ghana in diesem Fall? Du bist ja in Ghana geboren. In Ghana. In Ghana war es schöner. Aber das weiß ich erst, seitdem ich erwachsen geworden bin, weil ich, das ist mir gar nicht klar geworden, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich wusste nur, dass ich mich irgendwie gefühlt habe, als wäre ich in einem Käfig. In Ghana jetzt? Hier in Deutschland. In Deutschland. Genau. Weil, man muss sich das so vorstellen, als Kind in Ghana, also zumindest meine Kindheit in Ghana, ich war viel draußen. Also man war den ganzen Tag draußen. Es gab alles. Man hatte nicht viel, aber man hat gespielt und war immer in der Natur. Und das war von heute auf morgen nicht mehr da. Und auf einmal war ich in Kiel. Es war kalt. Man, ihr habt euch ja auch einen Ort ausgesucht. Ja, ich weiß. Danke, Papa. Obwohl... Wobei, Kiel ist schön. Wollte ich gerade sagen. Kiel ist schön. Er hatte nur zwei Optionen. Kiel oder München. Also was würdest du sagen? Da bin ich froh, dass ich in Kiel... Ah, da bin ich Nordjunge. Ich glaube, ich hätte mich auch für Kiel entschieden. Genau, deshalb bin ich auch froh. Nordisch by Nature. Aber da habe ich einfach gemerkt, dass es doch schön war. Ja. Und ich meine, wenn du mit 12, 13 das Wort Neger hörst, dann fragst du dich, was ist das? Und das sind so Dinge, die man als Kind gar nicht so... Es ist einem gar nicht bewusst. Aber so später denkst du, nee, in Ghana wurde ich so nicht gerufen. Ich war wie einer von euch. Wir hatten nicht viel, aber es war schön. Wir haben viel gelacht und das Wenige, was wir hatten, das war trotzdem schön. Also war das für mich eine Arbeit, mich umzustellen, zu kapieren, jetzt bist du hier. Das ist jetzt deine neue Heimat und damit musst du klarkommen. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann, ich glaube mit 15, 16 habe ich ein bisschen rebelliert. Aber dann habe ich kapiert, okay, it is what it is, nehme das an und lerne damit zu leben. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du anders bist in Deutschland? Ich glaube, das war mit elf. Aber nicht ich habe gemerkt, sondern man hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht so bin wie die anderen. Mit Beleidigung und Diskriminierung. Ja, genau. Mit Beleidigung. Aber auch von Elfjährigen, ne? Ja, Kinder können ganz grausam sein. Uh, Kinder, puh. Ja, Kinder waren das. Ja, ja, absolut. Und dann merkst du auch, wieso, warum, weshalb. Und ich war auch sehr, sehr dünn und ziemlich lang und hatte Zöpf und alle wollten so, darf ich mal, und bevor du Ja oder Nein sagst, waren die Hände schon in den Haaren und dann ging's dann mit den Eltern und dann, also nicht meine Eltern, sondern fremde Eltern und irgendwelchen Omas und Opas und irgendwann denkst du, ich komm mir vor wie eine Affe, ne? Naja. Bin ich im Zoo, oder was? Ja, ich bin irgendwie im Zoo gelandet. Und das hat dann auch gedauert für mich, damit klar zu kommen, so ticken manche Menschen. Also musste ich lernen, mich zu behaupten und zu sagen, ah ah, don't touch my hair. Klar weißt du? Und das hat aber eben gedauert, weil man erst mal denkt so, nee, ich will überhaupt nicht sagen, ich meine nicht so schüchtern und so, hm, nee, bitte nicht. Aber das hat lange gedauert, ja. Aber du hast sie behauptet. Ja. Siehst du? Lange weg. Lange weg, ja. Wir müssen vorpreschen. Ja. Gestern oder vorgestern meinte jemand zu mir, also auch aufgrund meiner Sozialisation, meiner politischen Arbeit, meinte sie, naja, einer muss ja Dreck fressen. Und du öffnest die Türen für die anderen. Also wir haben's gefressen, weißt du? Ja. Und die, also in dem übertragenen Sinne. Ja, ja. Und die Nachzügler werden auch nicht mal die Frage, denen werden nicht die Fragen gestellt, die dir und mir gestellt wurden. Ja, nee, überhaupt nicht. Weil irgendwann ist es so. Ja, es ist so. Genau, genau. Wir haben natürlich jetzt die Challenge, auch die Regeln für dich ganz simpel, meine Liebe. Ja, bin gespannt. Gut. Liebe Dayan, 10 Persönlichkeiten, 10 Celebrities und man sieht meistens immer diesen Part oder diesen Part, keine Ahnung, irgendwie so Nase, Augen. Okay. Meistens so. Ja. Und dann müssen wir raten, welcher Celebrity dahinter stecken könnte. Können Schauspieler sein, Musiker sein, whatever. Okay. Und wo? Wahrscheinlich da drüben auf dem Bildschirm oder du kannst dich auch gemeinsam mit mir gerne umdrehen, das ist auch machbar. Okay. Wir können auch so gucken. Wir können auch so gucken. Wie du magst, dahin gucken, dahin gucken, entscheide sich. Okay. Das ist näher, ich gucke auch gerne ein bisschen nach hinten. Ja. Ist auch entspannter. So, wir starten. Miley Cyrus. Ha! 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 Sorry, dass ich ihn zuerst entdeckt hab. Ja, da ist ein... Ha! 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 Oh Gott. Oh Gott! Ei! Ähm! 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 Ich hab's dann! Äh... Schauspielerin! Ja, Ähm! alles auf. Schauspielerin, Alkoholkoma, Drogenprobleme, weil ich hab sie gleich. Nicht Jenny Elvis. Nah. Was? Sumeya sagt nein. Ist das nicht die amerikanische Schauspielerin? Ach, eine Amerikanerin. Sie gehört, ah nee, ist das Barbara? Nee. Barbara, die ist Model hier, Jermis nicht. Sag mal, Barbara? Nee, auch nicht. Ach ja, Ella, bla bla bla. Ella, endlich, oder? Ist doch eine Sängerin, oder? Oder? Ist doch eine Sängerin. Ja, nee, ist eine Tänzerin. Wie heißt die? Wie heißt die? Roana Niki? I'm out, ich kenn sie nicht. Entschuldigung, Madame, ich kenn sie nicht. Es tut mir leid, aber es tut mir so leid. Ach so. Das sieht auch aus wie ein DSDS-Tisch, ja? Das hab ich mir auch schon gedacht, dass sie in der DSDS-Jury sitzt, aber ich kenn ihn nicht. Ähm, auch nicht. Ach Gott, äh, Pietro Lombardi. Meinst du? Ach, Scheiße. Äh, The Rock. The Rock. Ich war schneller. Was für ein Typ, ja? Ja, das ist ne. Wallah, Mörder, oder? Türsteher. Ey, Apache, Apache 247. Hahaha. Der ist ne Rapper. Okay, okay. Apache, bleib gleich, gleich. Okay, komm, der hab ich gut gelacht. Die Tabone. Ähm, die Tabone. Oh Mann. Na, warte. Okay. Tupac. Tupac. Chapeau. Oh Mann, du bist mir zu schnell. Boah, den Team hab ich geliebt, ja. Ja, ich auch. Den lieb ich immer noch. Ja, der ist toll. Oh Gott. MMA-Fighter, ihre, ähm, 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 wie heißen sie, der Blödi? Der hat sich doch vor allem bei seinem letzten Kampf gegen Nessun gesetzt, weil er gegen seinen, weil er gegen einen, äh, gegen einen Kämpfer, ich glaube, gegen einen muslimischen Kämpfer ziemlich assig sich daneben benommen hat. Okay. Und der ihn in der ersten Runde aber vermöbelt hat. Ähm, McGregor. Blablabla McGregor. McGregor, ne? Ja, da steht auch McGregor. Sag ich doch, McGregor, ja. Okay, ich kenn ihn nicht, aber. Oh, das war's schon? Das war's schon? Sieben zu? Äh, zu zwei bestimmt. Oh, sieben zu ja, ich weiß nicht. Komm, wir haben fast alles gewusst, zusammen. Ja, das stimmt, ja. Du warst nur ein Tick mal schneller. Du warst mal schneller, ja. Ähm, ja. Das stimmt. Zwei Personen wusste ich nicht, also McGregor kannte ich nicht. Och, und Apache? Apache kann ich auch nicht. Apache 247 oder 207, ich hab keine Ahnung, es sind so viele Deutschrapper. Den hab ich auch nur erkannt wegen seinem Haar. Ich sag mal, das sei ja, oh, Apache 207. Was für Musik hörst du denn eigentlich gern? Oh, ich liebe Blues, Jazz, Sade, Nina Simone. Ich hab die live gesehen das letzte Mal, als sie hier war. Hast du? Oh. Das ist aber auch Ewigkeiten her, da war sie hier. Ich würd' sagen, schon lange, ne? Sechs, sieben, acht Jahre? Sechs, sieben, ja. Bestimmt. Wahnsinn. War mega. Ja. Ich muss gestehen, ich wusste nicht mehr, dass sie noch da ist, musikalisch. Und irgendwann hieß es ja, ey, Bedo, wollen wir zum Schadierkonzer? Ich sag, what? Ja. Die ist noch da? Ja, doch. Traum. Die ist jetzt 61 geworden und die sieht aus wie 30. Die sieht so toll aus. Und macht so schöne Musik. Wie machen das manche Menschen? Meinst du auch Künstler? Ich sag einfach mal so, black don't crack, ne? Tja, wir haben eben gute Gehen. Ich glaube, mit 100 seh ich immer noch so aus. Wir treffen uns, wenn ich 100 bin. Weißt du, was das Geile ist an Political Correctness, was ich wirklich liebe, wenn du selber über deine eigene Gruppe was sagst und ich immer dann sage, ey, scheiß drauf, ich darf das sagen. Weißt du, was ich... Das, was du sagst, kann ich nicht sagen. Ja, das stimmt. Weißt du, ey, bei den Türken ist das so und so und meine Freundin so, ey, ich darf das sagen. Ich darf du nicht. Du nicht. Oder wie Sardar Somuncu immer sagt, okay, Sardar, kennst du den Hacias? Nee. Sardar Somuncu? Nee. Megatoller Kabarettist und Comedian. Ja. Der stand mal auf der Bühne und hat mal gesagt, jede Minderheit hat das Recht, diskriminiert zu werden. Was, die haben geheißen, den Spruch. Ja, da gibt's schon ein paar witzige Sachen. Also, aber der Spruch ist gut. Der ist gut, black don't crack. Was ist dein nächstes Projekt eigentlich? Ich glaube, du bist gerade an einem Hörspiel dran, ne? Genau, Hörspiel. Head Money heißt das. Head Money? Head Money. Ich darf nicht viel erzählen, aber demnächst gibt da so ein paar Sachen dann. Das ist ein Thriller. Wollte ich sagen, hört sich wie ein Krimi an? Ja, Thriller. Okay. Mhm, ganz aufregend. Spielst du, das ist auch, glaube ich, nicht dein erstes Hörspiel, oder? Nee, das ist nicht mein erstes, ja. Spielst du dann auch in diesen Hörspielen eher deinen Background, in diesem Fall, also den Schwarzen? Genau, das ist eine internationale Produktion und ich spiele aber tatsächlich eine nigerianische Kommissarin. Wenn es international heißt, heißt das dann für den deutschsprachigen Raum oder auch auf Englisch? Das wird komplett auf Deutsch aufgenommen. Ah, okay. Genau, komplett auf Deutsch, aber spielt trotzdem in Deutschland Schweiz oder Österreich und dann Nigeria. Mega. Ja. Und das ist sehr, wie gesagt, ich darf nicht erzählen, worum es geht und so. Darf ich nicht erzählen? Das ist sehr, sehr aufregend. Ich freue mich total drauf. Kann man sich auf sowas vorbereiten? Ich meine, die Hörspiele bedeuten ja, klar, du musst dich mental darauf vorbereiten, ist ja klar. Ja, klar. Aber die Texte, liest man sie, keine Ahnung, mehrere hundert Mal durch, bis man da hingeht? Nee, das ist, als würdest du spielen. Als würdest du wirklich spielen. Eine Rolle. Es ist ja eine Rolle, die ich spiele. Aber nur mit der Stimme in dem Sinne. Genau. Das heißt, ich stehe auch da und bestimmte Sätze, da mache ich auch bestimmte Bewegungen, dazu, einfach damit ich mir vorstellen kann, ob ihr irgendwas weh tut oder ob sie jetzt wütend ist oder ganz resolut stark sein muss. Da ist so, dass ich da im Studio ganz alleine in so einem Kabuff stehe und dann darf ich einfach so, dass man, wenn man sich das anhört, vielleicht auch ein bisschen Bilder haben könnte, wie das sein könnte, wenn man sich das anguckt und nicht nur hört. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja, es ist auch. Ja.